Ich kicke den da hinten immer nur bis zu einer gewissen Stelle down und dann kriege ich den halt nicht mehr kaputt. Das heißt, ich brauche bessere Klamotten. Oder wenn ich ein bisschen stärker bin. Was denn machen wir denn? Rot getrunken leider wann anders. Ich habe sowieso das Gefühl, ich mache hier an den Viechern nicht so viel Damage. Ich muss gerade mal gucken, wo muss ich lang? Das war geradeaus, oder? Oh, wie war dein Tag? Das haben wir dir jetzt geholt. Da lang muss ich, glaube ich. Da muss ich gucken. Juhu, da vorne muss dann der Dings stehen. Der Tempel. Oh, hi! Hi! Ah ne, ich bin auf der anderen Seite. Ich bin auf der anderen Seite. Was war denn da jetzt mal hier? Da ist eine Kiste. Das höre ich jetzt schon. Warte mal, da ist ein Weg. Warte mal, da ist ein Weg. Da hinten lang? Nee, aber nicht gelaufen. Den sehen wir aber nicht. Laufen. So. Wie immer. Jedenfache Herzfeuerpastiller. Noten der Leere. Schön, ich suche immer noch dieses Teil. Ge disrupt Das waren noch nicht alle, waren das drei Stück? Waren das drei Stück oder waren das? Das waren auch mehr, oder? Wir haben aber eine Call of the Elimination. Soll ich glatt sein. Das war's. Das war's. Wo hat auch so ein Elimination kommt? Hm? Ja, ich hab einen übersehen, wenn du hier langkommst. Ich bin mir langgelaufen, hab den noch nicht eingesammelt. Wie geht's, wie steht's? Alles gut bei dir? So, also mal gucken. Da haben wir nämlich auch was. Das habe ich nämlich gesehen. Oder sind wir da immer die Fische? Ja. Dann machen wir die Jünger weg. Ja, okay. Ich nehme einfach 119. Ich will nichts tun. Schön. Schön. Ich nehme einfach. Oh, okay. Das sind richtig die Viecher hier. Wir gehen aber hier auch hin und her. So. Ah, das ist ein Boss. Das ist so gut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Who the fuck are you? Das war's für heute. Das ist verletzend. Ich bin nicht der alten Meer. Du wirst mich nicht verletzen. Halt deine Schmerzen, du verdammelige Möge! Wir werden unsere Schmerzen beobachten, wenn ich meine vollen Mastery habe. Ah, da rein, glaube ich, nicht in der Wand. Lecker, lecker! Die ganzen Tausendfüßler, ey, ich ekelig. Vielen Dank. Gibt's hier nicht irgendwo zum Hinsetzen? Äh, ah. Nicht allein. Ne, da kann ich nicht nach. Schau doch. Mal hinsetzen. Okay, ich muss nach unten. Ich glaube, wir müssen mal so langsam nach unten. Ich glaube, wir müssen nach unten bei anderen, kommt da, glaube ich, gar nicht weiter. Ja. Ja. Aber da unten ist doch nicht der Endlos. Das ist ja ein bisschen kurz, das Kapitel. Wie meine ich das nochmal? Die Hand ist immer noch ekelig. Ich will da vorne ekelig gerne nochmal rein. Siehst du das da vorne? Wo komme ich da hin? Das ist die Frage. Ja. 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 Da vorne. Genau. Das ist das, was ich gerade gesehen habe. Ja. 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 Wow. Ja. 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 Outsch. Ta. Ich kriege was Maximus. Alter, wie können die Tochter dich hier nur wohlfühlen. Holy shit. Okay. Das war's für heute. Das ist ein Witz, oder? Das war's für heute. Das war's für heute. Das sind ein paar Punkte. Das war's für heute. Ich will hier wieder raus. Das ist ein ekliges... Ekel, ekel, ekel. Ja, da unten kann man mir so rumflattern, wie er lustig ist. Oh, hi. noch einmal gegen ihn einer von den spinnenviechern bitte dass hier noch ein geheimgang ist er ist auch extra so gemacht dass man den nicht sieht also muss jedoch irgendwo sein doch nicht dass das der richtige weg ist nein hier ist ein meditations punkt black hast du deine dinger jetzt komplett offen ob wir so wichtig kennen hast du gerade mal eins auf hast du deine dinger mittlerweile offen nein dinge an wenn an 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 Ich helfe vom ersten gerade. Zur Hilfe vom ersten. Mein Gott, das ist langsam. Okay, warte. Warte, machen wir. Weil ich jetzt hier sterben gehe, mache ich ihn mal eben. Ich habe ihn im Durchschnitt. Ich mache ihn mit ihm. Ich habe ihn mit ihm. Ich habe ihn mit ihm. Entschuldigung mit ihm. Ich habe ihn mit ihm. Ich habe ihn mit ihm. jetzt werden wir erst oben lang wann der eingang da und hast du schon der entscheidung gekriegt ist immer noch karten von dem ersten teil wollen acht stück ja klar ich dir sogar noch zutrauen wo ist jetzt der unterschied wenn ich jetzt oben lang gehen wenn ich unten da unten geht es da hinten weiter hier oben geht es nie weiter hallo frosch ja Das war's, das war's. Oh nein. Ah, okay. Scheiße. Der war ja easy, Alter. Äh, okay. In der Kotze nicht stehen bleiben. Verstanden. In der Kotze nicht stehen bleiben. Ähm, da muss ich eh runter. Ah, cool. 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 So gut, dass sie so viel geben Ja gut, die können wir sehen, das sind ganz so viel Ja, natürlich, vergifte mich jetzt noch Ich muss mir gleich mal eine Tablette gegen Gift raussuchen Was macht das Vieh, ich mich gleich nehme schon wieder Ja Ähm Gegen Gift Gegen Vergiften Hallo Giftfrosch Gegen Vergiften Gegen Vergiften Volk Was ist das? Was ist das? Was ist das? Cool! Wo gibt's nix? Ist doch egal! Oh mein Gott! Ah, die zerplatzen von selber! Ich wollte mich eigentlich nur hinsetzen mit Kamala mehr! Ah! So, einmal rasten! Hab ich eigentlich mittlerweile irgendwie... Nee, hab ich nicht! Was ist das? Oh, 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 was ist das? Oh! Oh, was ist das? Ich hab mir hier aber auch noch eins. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge ab. Tschau!